Ich begrüße dich ganz herzlich hier auf dem YouTube-Channel der AMS-Firmengruppe. Heute am zweiten Weihnachtsfeiertag 2021. Wir als ganzes AMS-Team möchten die Gelegenheit wahrnehmen und dir auf diesem Weg frohe Weihnachten 2021 wünschen. Ich hoffe, du hast bereits schöne Feiertage mit deiner Familie und Freunden erlebt. Und jetzt auch noch ein paar ruhigere Tage bis zum Jahresende vor dir. Die haben wir uns ja alle nach diesem turbulenten Jahr verdient. Wir haben hier nochmal den Adventskranz bzw. die Kerzen angezündet. Denn sonst haben wir ja wenig Gelegenheit im Jahr dazu. Im Vorfeld dieses Videos haben wir darüber nachgedacht und diskutiert, was für ein Thema wir für dieses Video am zweiten Weihnachtsfeiertag wählen sollten. Mir ist in den letzten Jahren nämlich aufgefallen, dass hier auf YouTube, aber auch auf anderen Plattformen, gerade während der Weihnachtstage wahnsinnig viele Videos mit Werbungen für Coachings, Webinare oder Programme auf mich eingeprasselt sind. Und ich vermute, das ging auch einigen von euch so. Ich weiß nicht, ob das in diesem Jahr wieder so sein wird, aber ich denke schon. Und mich hat das ehrlich gesagt schon etwas genervt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Jeder empfindet das ja anders. Und es mag Leute geben, die sich gerade in den Weihnachtstagen mit Themen rund um Steuern, Finanzen und Immobilien beschäftigen. Ich persönlich gehöre nicht dazu. Ich beschäftige mich ja das ganze Jahr mit diesen Themen und natürlich auch zwischen Weihnachten und Silvester mit meiner Zielplanung. Aber es muss eben auch mal drei Tage geben, also Weihnachten, an denen Ruhe ist und ich diesbezüglich abschalte. Insofern war ich im Zwiespalt, einerseits auch in diesem Video Impulse und Ideen zum erfolgreichen Vermögensaufbau mit Immobilien weiterzugeben, aber andererseits auch kein zu intensives Thema zum Management von Immobilien oder Ähnliches zu wählen. Insofern habe ich mir hier zwei Anregungen überlegt. Erstens werde ich einen kurzen Überblick über unsere Videos zum Thema Ziele und Zielsetzung geben, die wir schon in den letzten Jahren veröffentlicht haben. Gerade weil die Tage vor dem Jahresübergang sich hervorragend zur Zielplanung eignen, kannst du dir durch die Zusammenfassung das für dich passende Video von uns heraussuchen und zweitens, als zweites Thema, damit die Spannung hier in diesem Video bis zum Schluss erhalten bleibt, werde ich noch meine Einschätzung und meinen Ausblick zur Entwicklung in 2022 geben. Und das sollte ja für jeden Immobilieninvestor interessant sein. Es gibt kaum ein Thema, über das mehr geschrieben und so wenig umgesetzt wurde und wird, wie über das Thema Ziele und Zielsetzung. So jedenfalls mein Eindruck aus vielen Gesprächen und Beiträgen. Manche sagen auch oder denken zumindest, lass mich bloß in Ruhe, ich kann es nicht mehr hören mit diesen Zielen und Zielsetzungen, obwohl fast alle wissen oder ahnen, dass das Thema enorm wichtig ist, um die eigenen persönlichen Ziele wirklich zu erreichen und ein zufriedenes Leben zu führen. Da wir inhaltlich auf diesem Kanal schon viel dazu gesagt haben, halte ich mich an dieser Stelle inhaltlich zurück und stelle stattdessen die dazu passenden Videos auf unserem Channel vor. und du kannst dir das Video oder die Schwerpunkte aussuchen, die für dich aktuell interessant und wichtig sind. Im Abspann verlinken wir dann auch nochmal die ganze Playlist dazu. Ich gehe mal in der Reihenfolge nach den Veröffentlichungsdaten. Es fing an mit dem Video 9 Tipps, wie du deine Ziele wirklich erreichst vom 06.01.2019. Darin geht es um Basics, warum Ziele wichtig sind und vor allem dann, wie du mit der Zielplanung konkret anfängst. Als zweites dann ein persönliches Video mit dem Titel Ziele setzen, so mache ich es aus dem Januar 2019, damit das Ganze nicht nur Theorie bleibt, sondern am Beispiel auch lebendig wird. Du musst das nicht eins zu eins nachmachen, es soll einfach eine Anregung sein. Im Januar 2020 kam dann das Video für Fortgeschrittene dazu, Ziele erfolgreich planen und erreichen in nur drei Stunden. Wir wollten damit die Sorge nehmen, dass das immer so ein Riesenprozess ist und ermutigen, damit einfach anzufangen. Wenn du einmal die Basis gelegt hast, dann dauert es in den Folgejahren mit der Zielplanung nicht mehr so lange. Und das letzte Video zum Thema Ziele aus dem Januar 2021 war dann Ziele setzen in Corona-Zeiten, ist das sinnvoll? und hat ja leider immer noch eine gewisse Aktualität. Vielleicht bist du etwas frustriert und genervt von den letzten beiden Jahren. Vielleicht hast du einige Vorhaben wegen Corona nicht umsetzen können. Eine Reise oder Ähnliches nicht machen können oder wegen Kurzarbeit eine Finanzierung nicht bekommen. Dann schau dir unbedingt dieses Video an. Ich hoffe, dir hilft diese Kurzvorstellung und du hast Lust bekommen, dir das eine oder andere Video zum Thema anzuschauen und dir auch für 2022 wieder konkrete Ziele zu setzen, ohne damit anzufangen. Nun zum zweiten Impuls in diesem Video, zur von mir prognostizierten Entwicklung in 2022. Natürlich hat niemand von uns eine Glaskugel, auch wir nicht. Aber als Investoren müssen wir von gewissen Annahmen ausgehen, zum Beispiel in Bezug auf die künftige Zinsentwicklung und so weiter, um die für uns passenden Investitionsentscheidungen treffen zu können. Und ich wage jetzt mal eine solche Prognose für 2022. Ich prognostiziere, dass wir auch im kommenden Jahr eine für unsere Verhältnisse hier in Deutschland relativ hohe Inflation haben werden, konkret zwischen 3,5 und 4 Prozent. Das ist meine These aus verschiedenen Gründen, die jetzt hier zu weit führen. Und damit setzt sich die Entwicklung fort, die wir schon in den letzten Monaten gesehen haben. Seit Juni diesen Jahres ist die Inflation immer im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat gestiegen. Im November jetzt sogar auf 5,2 Prozent. Das musst du dir mal vorstellen. Also, Inflation zwischen 3,5 und 4 Prozent, das ist zumindest meine Annahme. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, wie du die Inflationsentwicklung 2022 einschätzt. Lass uns doch kurz über die Konsequenzen und Chancen für uns als Immobilieninvestoren, die sich aus dieser Prognose ergeben, sprechen. Wir haben mit dieser hohen Inflation die verrückte Situation, dass die Zinsen wesentlich niedriger sind als die Geldentwertung. Wenn du dir also als Immobilieninvestor Geld leihst und im Baufinanzierungsbereich zum Beispiel 1,5 Prozent für eine 10-jährige Zinsbindung zahlst, dann sind damit die Kosten für das geliehene Geld, nämlich 1,5 Prozent, bedeutend günstiger als die Entwertung des Geldes und der Schulden in Höhe von 4 Prozent, gemäß meiner Prognose für 22 oder 5 Prozent aktuell. Und an dieser Situation wird sich so schnell aus meiner Sicht nichts ändern, weil die Zinsen wegen der hohen Verschuldung in vielen europäischen Staaten nicht stark steigen können. Vielleicht mal um 0,5 Prozent oder ähnliches, aber nicht über die Inflationsrate. Das ist jedenfalls meine Annahme für die nächsten Jahre. Das ist historisch wirklich eine unglaublich paradoxe Situation. Du verdienst also an deinen Verbindlichkeiten, um das mal etwas zugespitzt zu formulieren. Und je höher deine Darlehen sind, desto mehr profitierst du. Natürlich ist das kein Grund, sich jetzt ohne Sinn und Verstand zu verschulden. Aber wenn du vernünftige Immobilien an guten Standorten kaufst, so wie wir sie anbieten, die einen stabilen Gegenwert darstellen, kannst du die Situation für dich nutzen und 2022 mutiger investieren und finanzieren. Und musst dir vielleicht auch nicht ganz so viele Gedanken machen, wann du die vermietete Immobilie abbezahlt hast. Denn die zahlt sich durch die Inflation quasi mehr als doppelt so schnell ab, als mit deiner normalen Tilgung. Vor diesem Hintergrund solltest du also möglichst geringe Tilgungen mit den dich finanzierenden Banken vereinbaren, sofern es zu deiner Gesamtsituation passt. Lass uns mal eine kurze Hochrechnung anschauen. Wenn du beispielsweise eine Wohnung mit 200.000 Euro finanziert hast, bedeutet 4% Inflation, dass sich deine Verbindlichkeit um 8.000 Euro im Jahr entwertet. Zinseszinseffekt mal weggelassen. Das sind 666 Euro monatlich. Die Summe ist höher als die eigentliche Tilgung und auch mehr als viele monatlich sparen und investieren. Eine logische Folge ist, je höher die finanzierte Gesamtsumme, desto höher dein finanzieller Vorteil. Wenn du beispielsweise für mehrere Immobilien, verbietete Immobilien, eine Million Euro finanziert hättest, lege der Inflationsgewinn bei 40.000 Euro im Jahr. Das ist schon fast so viel wie das Durchschnittsgehalt eines Arbeitnehmers in Deutschland. Und wenn du das auf fünf Jahre hochrechnest, ist das einfach ein unglaublicher Turbo für deine Vermögensbildung, den die aktuelle Situation für uns Immobilieninvestoren bereithält. Quasi eine Entschädigung für die aktuell nicht so gigantischen Mietrenditen an guten Standorten. Eventuell motivieren dich diese Gedanken ja, deine Bonitätsunterlagen in den nächsten Tagen zu aktualisieren, um dann Anfang 2022 gleich gut vorbereitet auf Objektjagd zu gehen und loszulegen. Im Abspann haben wir wieder zwei Videos für dich verlinkt. Zum einen das Video mit dem Titel Inflation bei 3,8% Ausrufezeichen So profitierst du und sicherst dein Vermögen. Aus dem Juli diesen Jahres. Anders war der Inflationssprung im Juli. Und da in diesem Video sind wir doch detaillierter auf das Thema Inflationsverlust durch Sachwerteausgleichen eingegangen. Mit Tipps und Empfehlungen für Immobilieninvestoren. Und als zweites, wie angekündigt, unsere Playlist mit unseren vorhin erwähnten Videos zum Thema Ziele und Zielsetzung aus den letzten Jahren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören. Wünsche dir einen schönen Weihnachtstag und alles Gute. Bis zum nächsten Video. Dein Heiko Klaiszewski Und dann muss ich von mir. Und du bist der große Ehre. Und du bist so schnell.